Ich grüße euch, ihr lieben Claudia Engel hier mit dem Express-Tagesorakel für den 30.01.2021. Ja, wenn ihr gerne auch längere Videos von mir sehen wollt, schaut es doch auf YouTube vorbei und ja, gerne auch für eine Beratung auf meiner Homepage schaut es euch um und ja, dann legen wir los und zwar heute haben wir Gott sei Dank eine Glückskarte als Hauptthemenkarte, weil ja, hier sind auch wieder Belastungen oder ja, Transformationen, die sich jetzt entweder auflösen oder dass es eben sehr schnell in die Transformation geht. Wir haben hier wieder das Liebesthema und die guten Energien drauf, aber auch der Stress. Also es ist wirklich im Moment, es liegt in den letzten Tagen immer wieder das Thema Liebe, obwohl ich das nicht wirklich vorgebe, die Themen, aber wir haben zwei Glückskarten. Also es kann sein, dass sich Stress und Ärger und Aufregung jetzt im Thema Liebe für dich transformieren und dass es wirklich sehr positiv weitergeht. Ich wünsche euch das auf jeden Fall, alles Liebe, tschüss!